Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal und zu einem neuen Force Horizon 2 Video. In diesem Video geht es um die Boni. Aber was sind überhaupt Boni? Boni sind sozusagen Skills eures Fahrers. Diese erhöhen mitunter eure gesammelten XP und Geldeinnahmen. Zudem könnt ihr zum Beispiel durch einen Boni auch per Schnellreise an jeden Ort gelangen, also auf jede Straße die ihr wollt. Ihr beginnt in der Mitte und schaltet immer mehr Bonizweige frei. Boni erlangt ihr durch Punkte, welche ihr durch Drifts, Sprünge etc. sammelt. Wer Horizon 1 kennt, kennt dieses System, aber anstatt Schaurennen schaltet ihr in Horizon 2 eben Boni frei. Hoffe das Video hat euch gefallen. Hier zeige ich euch noch alle Boni, die ihr freischalten könnt. Ciao! Bis zum nächsten Mal.